Touchplate Works Xerxes Designer Güli von Popl Tashi Parocha Titan Framelock Folder CPM 20 CV Stahl Stonewash Klinge Stonewash Handle ganz feine Fräsungen Backspacer der sich noch hinten verringt 3D Titan Pocket Clip sehr gelungen wie ich finde hinter der Phasen habe ich 0,45mm gemessen also sehr fein ausgeschrieben richtiger Slicer Läuft auf Kugellagern extrem schöner Klingengang guter Action guter Detent perfektes Messer perfekte Verarbeitung wirklich hohe Qualität und das Design finde ich sehr gelungen das Design Touchplate Works kann man sich vielleicht merken auf der Schnellen die 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 die